Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Schauspielerin Yerin Haar wird in der vierten Staffel von Bridgerton als Sophie die Zuschauer in ihrem Band ziehen. Mit Luke Thompson, Benedikt Bridgerton, an ihrer Seite ist die Bühne frei für eine Romanze, die das Gesprächsthema der Staffel zu werden verspricht. Netflix veröffentlichte auf Instagram einen Clip, der die Schauspielerin zeigt und enthüllt, dass sie Benedikts Liebschaft in Staffel 4 spielen wird. Die australische Schauspielerin ist bereits aus Serien wie Bad Behavior oder Halo bekannt. Nach dem rekordverdächtigen Debüt von Staffel 3 sind die Erwartungen der Fans hochgesteckt. Wird die Liebesgeschichte von Sophie und Benedikt die Herzen der Zuschauer erobern? Das wird sich zeigen. Fans müssen sich allerdings noch gedulden. Geplanter Start für die kommende Bridgerton-Staffel soll im Sommer 2026 liegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017